Wenn dir die eigenen Fans das hier nach dem Spiel zurufen, dann ist ein neuer Tiefpunkt erreicht. Das Ganze gepaart mit Pfiffen, Wut, wir haben die Schnauze voll und Arabi-Raussprechchören. So ist das, wenn das Aminia-Fanherz blutet, seit jetzt einem oder anderthalb Jahren. Nach der 3-0-Führung bei Eintracht Braunschweig, da klang das zuerst noch anders. Das 3 zu 3 am Ende ließ aber viele Dämme brechen.